Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sind Sie im Reinen mit Ihrer Beziehung? Passt das Geben und Nehmen? Sind Sie da im Gleichgewicht? Wenn nein, bringe ich Ihnen jetzt fünf Gründe, warum ein Ausgleich von Geben und Nehmen so wichtig ist und warum Sie mithelfen können, damit die Beziehung, die Ihnen total wichtig ist, deutlich besser wird. Wenn ständig einer nimmt und der andere immer nur geben muss, das funktioniert nicht in einer Beziehung. Sie wissen, es gibt bei den beiden, gibt es immer einen, der ist Tankstelle, also Zapfsäule und einer ist Staubsauger. Das ist gut, wenn es auch mal wechselt, wenn nicht einer immer nur Staubsauger ist und einer immer nur Zapfsäule. Es braucht einen Ausgleich. Einmal ist es gut, wenn der eine gibt und der andere nehmen kann und einmal ist es gut, wenn der, der genommen hat, auch wieder gibt. Wenn dieser Ausgleich nicht da ist, kommt es auf Dauer zu einer Schieflage, nämlich zu einer dependenten Beziehung, zu einer abhängigen Beziehung. Und diese Beziehung wird auf Dauer nicht gesund sein, sie kann vielleicht sehr, sehr lange halten, weil der eine ist eben Berufsstaubsauger und der andere hat seinen Sinn darin gefunden, zu geben, zu geben, zu geben, bis er halt nicht mehr geben kann, bis er dann eben ausgesaugt ist und ausgelaugt ist. Und da kommen wir dann schon zu den Gründen, warum eine Beziehung nicht gut funktioniert, wenn es immer nur einseitig ist, wenn immer nur einer gibt und der andere nimmt. Wichtig ist, dass sie sich selber im Klaren sind, habe ich für mich einen Ausgleich, bin ich mal ein Gebender und dann wieder ein Nehmender oder ist es bei mir jetzt total einseitig. Und dann kann ich natürlich auch schauen, wie ist es beim Partner. Ist der Partner immer nur der, der saugt und zwar mich leer saugt oder ist der Partner der, der mich immer nur überschüttet und immer nur viel zu viel gibt. Jetzt möchte ich Ihnen fünf Gründe bringen, warum es schlecht ist und nicht für die Beziehung förderlich ist, wenn eben eine Einseitigkeit vorliegt, wenn einer immer nur zum Beispiel gibt und der andere immer nur nimmt. Ein erster Grund ist die emotionale Erschöpfung. Wenn das so eine Einseitigkeit ist, dann wird es von der Emotion und auch von der Liebe her einfach müde. Warum wird das müde? Weil der eine das Gefühl hat, ich kann eh nicht so gesehen werden, wie ich bin. Ich kann mich eigentlich nicht rühren. Ich bin eigentlich in diesem Korsett drin und darf eigentlich nichts tun, was jetzt da auch in mir jetzt gerade ist. Und normalerweise ist es eben so, dass ich gebe und nehme, dass ich einatme und ausatme, dass ich empfange und dass ich wieder loslasse. Das ist eigentlich der normale Rhythmus des Lebens. Von der ganzen Natur. Und wenn einer nur immer das Gefühl hat, er hat zu wenig und nur immer nimmt, nimmt, nimmt. Oder wenn einer das Gefühl hat, er muss, muss geben, weil er so wichtig ist oder weil ihm das so ein Anliegen ist, dann komme ich auch nicht gut weiter. Und diese emotionale Erschöpfung stellt sich dann ein, wenn beide Partner, also wenn das Paar das Gefühl hat, es tut sich nichts mehr, es ist nicht mehr lebendig, es ist nicht mehr liebevoll, es ist eben kein Geben und Nehmen mehr da. Es ist festgefahren und irgendwann mal, wenn es festgefahren ist, dann geschieht, dass dann alles eben flach wird, dass alles müde wird. Wie kommt man da raus, indem er eben sich dessen bewusst macht, dass ich wieder in diese Lebendigkeit hineinkommen möchte, in den anderen Blick, dass ich mich wieder hineinversetzen möchte, empathisch in den anderen. Dass ich eben auch mal sage, heute hast du gekocht, morgen möchte ich kochen, auch wenn ich es nicht so gut kann. Nein, lass das, du kannst nicht gut kochen. Doch, lass mich mal kochen, ich werde es probieren und ich werde mal das mit allen möglichen Hilfsmitteln schauen, dass ich das hinkriege. Und wenn ich es dann hinkriege, dann ist das wieder mal was anderes, das belebt auch die Beziehung. Und wir kommen raus aus dieser emotionalen Trägheit, aus dieser Fadheit, aus dem, was nicht mehr auch liebevoll ist. Und es geht ja auch darum, wie komme ich wieder in eine tiefere Lebendigkeit, in eine tiefere Liebe hinein. Immer nur dasselbe wird auf Dauer zu erschöpfend sein. Und wenn beide emotional erschöpft sind, dann ist die Liebe erkaltet, dann hat man sich eben entliebt. Und wie komme ich wieder in die Liebe rein, indem ich wieder die Liebe erwärme. Ein zweiter Grund, wie es schief geht, wenn diese Einseitigkeit ist, wenn immer nur der eine gibt und der andere nimmt, und dann ist ihm so ein Ungleichgewicht, dass eben der Partner, der immer nur nehmen muss, oder der Partner, der immer nur nehmen will, gibt ja beide Formen, der verliert die Unabhängigkeit. Der wird immer mehr unselbstständig und ist nicht mehr lebensfähig, ohne den Partner, der alles organisiert und alles gibt und alles nimmt. Und das ist auch schade. Dann verliert auch der Partner, der immer alles gibt, auch die Achtung vor dem Partner, der immer nur alles empfängt, der immer nur braucht und bedürftig ist. Ein Spezialfall ist sicher, wenn da ein Partner krank ist. Dann ist es aber auch logisch, warum der empfangen muss. Aber der Partner, der krank ist, wird dann auf andere Art und Weise etwas geben können. Und dadurch kommt es wieder zu einem Ausgleich. Aber wenn ein Partner sehr, sehr schwer krank ist, dann ist es natürlich ein Leiden. Und dann ist klar, dass es da ein Ungleichgewicht gibt, ist auch logisch. Aber selbst der sterbende Partner, der bettlägerige Partner, der wirklich scheinbar nichts mehr geben kann, kann dem Partner, der gibt, noch ganz viel zurückgeben. Eben ein Lächeln oder eben die Hand noch drücken und sagen, ich spüre deine Liebe und ich merke, wie wichtig deine Liebe ist, weil sonst könnte ich gar nicht sein, sonst könnte ich gar nicht leben. Also das ist aber dann eine Sonderform. Wenn beide Partner normal im Leben stehen, normal fit und gesund sind, dann ist es eben ein ungesundes Ungleichgewicht, wenn einer sich quasi auch gehen lässt und nur sich unter Anführungszeichen verwöhnen lässt, dann kommt es eben in eine Unselbstständigkeit und auch in eine Schwächung dieses Partners, der nur empfängt und sich scheinbar verwöhnen lässt. Aber in Wirklichkeit ist es dann gar kein Verwöhnen mehr. Ein dritter Grund, warum es zu einem Ungleichgewicht kommen kann, sind so unausgesprochene Bedürfnisse. Es war immer schon so, dass ich das getan habe. Wir haben uns da immer schon so aufgeteilt. Ich war immer schon für die Kindererziehung zuständig und dann habe ich meinen Mann nie herangelassen. Und der Vater war abwesend und konnte sich gar nicht einbringen, weil es gar nicht erlaubt wurde. Oder das alte Ehepaar teilt immer das Morgenbrötchen, die Semmel, sagt man in Österreich. Und da schneit man eben mit der Mitte durch und es wird eben geteilt. Und der liebevolle Mann gibt seiner Frau jeden Tag den Oberteil von der Semmel. Und erst nach Jahren kommen sie darauf, eigentlich hätte sie viel lieber den Unterteil gehabt. Schon immer. Und sie mag den Oberteil gar nicht. Und er hat eben den Oberteil sehr gerne mögen, hat ihn aber immer ihr als Liebe überlassen. Und nach Jahren sind sie erst darauf gekommen. Und dann haben sie gesagt, na bitte, dann können wir uns ja ändern. Aber wieso haben wir darüber nicht geredet? Also, unausgesprochene Bedürfnisse heißt, wenn ich nie etwas sage, brauche ich mich nicht wundern, dass das nicht geschieht. Deshalb, unausgesprochene Wünsche werden unheimlich selten erfüllt. Weil ich kann nicht erwarten, dass der Partner mir alles von den Lippen abliest. Ist nicht normal und ist auch nicht verpflichtend. Wenn er mir alles von den Lippen abliest, wow, dann liebt er mich wirklich sehr großartig. Aber es ist nicht die Norm. Deshalb, ausgesprochene Bedürfnisse, das was ich brauche, auch formulieren, liebevoll formulieren, wertschössend formulieren. Dann komme ich wieder in ein Gleichgewicht rein. Und dann gibt es wieder die Chance eines ausgeglichenen Geben und Nehmens. Ein vierter Grund kann sein, eine mangelnde Kompromissbereitschaft. Wenn ich stur bin und sage, das ist bei mir so und ich bin auch gar nicht bereit, etwas zu ändern, sei froh, dass das so ist. Das sind meine Vorgaben und du hast dich danach zu richten. Sie merken schon, wie das ungleich wird. Der Partner kann gar nicht sagen, ja, ich verstehe schon, dass es so für dich ist, aber ich hätte bitte auch ganz gern etwas eingebracht. Das ist schon schön, wenn immer nur du jetzt den Samstag organisierst und bestimmst für die ganze Familie, was am Samstag zu sein hat. Du gibst viel, du organisierst alles, wunderschön, es sind schöne Samstagsausflüge, ja, wunderbar, aber wir wollen auch ganz gern etwas anderes. Und du fragst uns gar nicht. Du bestimmst, was zu sein hat. Warum bestimmst es immer du? Warum können wir nicht auch etwas einbringen? Nein, das ist so und seid froh, dass ich mich da bemühe und das ist eh so viel Arbeit, was ich da alles mache. Ja, das ist schön, auch wenn es super viel Arbeit ist, dann richte ich nicht auf, dass es viel Arbeit ist, sondern bitte lass uns auch mal etwas vorschlagen. Also, nicht Macht ausüben, weil ich gebe, habe ich die Macht, sondern ich gebe die Macht ab, um einfach auch mal zurückzutreten in die zweite Reihe und mal etwas zu empfangen, auch wenn ich sonst gerne der Geber bin. Und umgekehrt, der, der empfängt, in Ordnung, gut, aber ich muss mich auch aus meiner Komfortzone heraus bewegen und auch mal etwas tun. Wenn es zu einem Machtkampf kommt, dass beide unbedingt etwas tun wollen und jeder will geben, 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 keiner will etwas nehmen, das funktioniert nicht. Und weil beide natürlich nur sagen, gib mir, gib mir, gib mir, ich brauche, ich brauche, ich brauche, funktioniert auch nicht. Also, das sind natürlich jetzt der Extremformen, aber im Alltag werden Sie ziemlich gut spüren, wo ist ein Ungleichgewicht da. Und wenn Sie das jetzt erkennen, können Sie gleich gegensteuern und sagen, hey, stopp, ich möchte jetzt auch wieder, dass du mehr gibst oder ich möchte auch wieder, dass du mal was empfängst, dass du mal loslässt und zurücktrittst. Und jetzt ist es natürlich schwierig, weil das ist alles eingelerntes Verhalten und wie gelingt es dann, dass der Partner sagt, okay, akzeptiere ich, hast recht. Mache ich, ich gehe entweder mehr wieder in die Vorlage und tue was oder ich halte mich zurück. Und das muss man austarieren, das muss man besprechen und dann Zeit geben, dass man sich ändern kann, dass man auch innerlich innehalten kann, dass man auch Möglichkeiten gibt, sein eingefahrenes Verhalten, wo man so in Fahrt ist, zu ändern. Super wichtig und gar nicht leicht. Aber es gelingt mit drei Schritten, ganz kurzer Exkurs. Erstens, innehalten und nachspüren, was könnte das Wertvolle jetzt sein, wenn ich es jetzt anders mache, als ich es bisher mache. Zweitens, das vorsichtig probieren, auch wenn ich selber unsicher bin, weil ich ja das andere viel mehr drin habe und da viel sicherer bin. Und drittens, rückfragen. Passt das so? Ist es besser? Fühlst du dich wohler? Findest du es gut, so wie es ist? Und ich spüre es selber, ob es jetzt besser wird oder nicht. Auch an der Reaktion vom Partner, von der Partnerin. Fünfter Grund ist der schleichende Verlust der emotionalen Verbundenheit. Und das ist heftig. Dieser schleichende Verlust der emotionalen Verbundenheit ist so, dass die Beziehung langsam stirbt und irgendwann ist sie tot. Das ist wie beim Feuer, das herunterbrennt. Dann ist nur noch Glut und dann ist nur noch Asche. Und dann ist aber allerhöchste Zeit, wenn nur noch Asche ist, dass ich wieder Holz nachlege. Aber kleines Holz oder Stroh oder auf jeden Fall Papier, dass es halt wieder zum Brennen anfängt. Und dann muss ich wieder größeres Holz nachlegen. Weil wenn nur noch Asche ist, ich kann es schon noch starten. Aber wenn die Asche erkaltet ist, wenn der letzte Glutrest, das letzte Glutnest verklommen ist, dann ist es aus. Und dann muss ich komplett neu starten. Dann muss ich komplett ein neues Feuer machen. Dann ist die Asche erkaltet. Und so ist es auch in der Partnerschaft. Es braucht lang, bis es ganz kalt ist. Aber irgendwann, wenn ich vielleicht sogar noch Wasser drüber schütte, dann ist es ganz kalt. Und die Herausforderung ist jetzt, wie gelingt es, dass ich wieder starte. Daher ist dieser schleichende Verlust der emotionalen Verbundenheit wirklich total ernst zu nehmen. Und ich muss dagegen steuern. Sobald ich merke, es wird schlechter, es wird die Liebe erkaltet oder der andere gibt auf. Was ist der wichtigste Schritt? Ich muss fragen, was brauchst du, dass du dich wieder in mich verliebst? Was brauchst du, dass es dir wieder gut geht? Super wichtig. Was kann ich tun, damit du wieder Hoffnung schöpfst? Und wenn dann was kommt, was ich nicht erfüllen kann, dass du dich endlich besserst, ja, dann bitte was Konkreteres. Ich versuche mich zu bessern, deshalb frage ich ja. Aber was konkret? Ja, dass das nicht mehr so unmöglich ist, wie es immer war. Ja, noch konkreter, also das heißt, da brauchst du wirklich einfach ein gemeinsames Suchen, vielleicht auch mit einem paar Therapeuten, damit man auch Änderungsmaßnahmen findet. Und nochmal, ich kann mich nicht schnipp ändern, ich kann nicht den Schalter umlegen und auf einmal ist wieder alles total super und so wie ganz am Anfang unserer Beziehung. Nein, das braucht dann Zeit. So wie ich hineingegangen bin in die emotionale Entfremdung, so muss ich auch wieder langsam rauskommen aus der emotionalen Entfremdung. Und dann muss der Partner auch nochmal Geduld haben. Aber täglich anreden, täglich abgleichen, täglich schauen, wie passt das Geben und Nehmen, wie passt das Bemühen. Und auch ich, der ich unzufrieden bin, werde mich auch bemühen müssen, ihm ein Stück entgegenzukommen. Jetzt sagen Sie vielleicht, ich bin ihm eh schon 100 Kilometer entgegengekommen. Kann sein, aber vielleicht müssen Sie ihm noch ein Stück entgegenkommen oder Sie müssen ihm helfen, dass er nicht ermattet und nicht liegen bleibt am Weg zu mir. Und ihm auch ein Stück unterstützen, dass Sie sagen, ja, die Richtung stimmt, gehe so weiter, das passt für mich. Es ist noch nicht genug, wirklich nicht, kann ich nicht sagen, aber die Richtung stimmt. Und wenn er sagt, na, ich gebe auf, mir ist das wurscht, das ist ihm jetzt zu viel, dann sagen, hey, bitte gib mich nicht auf in einer Beziehung, was liegt. Nein, mir liegt nichts mehr in einer Beziehung. Okay, warum liegt da nichts mehr in einer Beziehung? Dann muss man halt wirklich partherapeutisch starten. Letzter Punkt, wenn der Partner partherapeutisch nichts machen will, weil er sich alles keinen Sinn hat und weil er eh super ist, dann muss man sagen, ja, dann willst du nichts mehr investieren in die Beziehung. Dann ist sie schon bei dir tot, dann ist bei dir schon erloschen, bei mir noch nicht. Wenn er dann erkennt, okay, ganz erloschen ist doch nicht und ich habe doch noch ein Interesse, dann sagen, bitte holen wir uns Hilfe von außen, weil wir schaffen das jetzt dann nicht mehr zu zweit, leider, weil wir da zu unterschiedlich sind, weil da zu viel schon kaputt ist, weil da schon zu viel in die falsche Richtung gelaufen ist, aber mit einem außenstehenden Dritten gelingt es, dass wir wieder gemeinsame kleine Schritte finden, wieder zueinander. Wenn Sie Unterstützung brauchen, Sie wissen, ich bin gern für Sie da. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link zu einem kostenlosen kurzen Informationsgespräch. Nützen Sie die Chance. Reden wir mal kurz, schauen wir, was gibt es für Chancen und dann starten wir einen Paartherapie-Prozess, der schon eine gewisse Zeit dauert, also fünf bis zehn Einheiten, Stunden müssen Sie rechnen, aber dann haben Sie für sich, ganz konkret für Sie als Paar, eine Chance und eine Klarheit, was Sie tun müssen, damit es bei Ihnen wieder zum Laufen kommt. Das ist natürlich sehr individuell, aber es gelingt und es gelingt gut. Wenn Sie zu lange warten, wird es schwieriger. Deshalb nehmen Sie sich ein Herz, fassen Sie sich den Mut gemeinsam und beginnen Sie. Starten Sie einfach. Alles Gute für Sie.